Guten Morgen, Benjamin. Wie geht's? Hat er gut geschlafen? Hoch mit den Jalousien. Hier kommt Nummer 1. Und da ist sie, die Sonne. Die habe ich gestern bestellt. Mein Name ist Jean-Marie. Ich bin einer der Pflegehelfer, die dich am Morgen versorgen. Ist er einverstanden? Ja. Er ist einverstanden. Und beim Pissen gehen die mit dir aufs Klo? Willst du das wirklich wissen? Aufs Klo zu gehen ist eine Art Wunschtraum für mich. Was hast du? In komplette Tetraplegie. Ah, cool. Ein bisschen höher, bitte, ja? Was? Ich rede mit der Pflegerin, die das Telefon hält. Oh Mann, ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Und hier ist es, Biest. Richtig sexy siehst du aus. Komm, François, sind die echt nötig? Leider ja. Warum quälst du mich? War ich kein guter Patient? Doch, doch. Machst du das, weil ich schwarz bin? Nein. So, Achtung. Und los geht's. Okay. Ganz vorsichtig, wunderbar. Vorsichtig, entspann dich. Die Füße. Ich bitte, das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Das wird schon weiter, aber... Alles dreht sich. Atme. Es geht überhaupt nicht besser. Atme. Und? Fühlst du dich wohl? Na also, du hast es geschafft. Oh ja. Ja, Alter. Gibst du mir das Salz? Klar. Shit. Ach, ihr verarscht mich nur. Super Stimmung hier. Bande von Tetras. Wie viel Zeit man hier mit Nichtstun verbringt. Regel Nummer eins. Niemals die Geduld verlieren. Du musst anfangen, wie ein Behinderter zu denken. Du änderst deine Hoffnung. Verdammt. Sehen wir uns wieder? Wenn du Lust hast. Leute, ich hab keinen Motor. Warum bist du kein Tetra? Man soll keine halben Sachen machen. Ihr Neubehinderten habt keinen Respekt. Sehr gut. Alter, du bist aber klein. Hallo. Hey, was geht? Na? Hallo. Einen stört mich, Herr Mädels, im Rollstuhl. Hä? Man sieht nicht, ob sie einen dicken Hintern haben. Hä? Genau. Ich glaube, es geht um sued.